Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Informationsvideo. Heute geht es ums Grillöl. Bei Grillöl handelt es sich quasi um den Superstar der Omega-3-Fettsäuren. Also alle Wirkungen, die du von Omega-3-Fettsäuren kennst, nur nochmal einen Tick besser. Die Aufnahme im Körper ist nämlich deutlich erhöht und man benötigt viel weniger, um die gleiche Wirkung wie bei Fischöl zu erzielen. Denn die Omega-3-Fettsäuren aus Grill sind von Natur aus an Phospholipide gebunden und damit können sie noch besser vom Körper aufgenommen werden. Man hat in einer Studie die Aufnahme von Fischöl mit der von Grill verglichen und das Ergebnis war, dass nach vier Wochen der Einnahme mit gleichen Anteilen an EPA und DHA die Grillölgruppe deutlich höhere Omega-3-Werte im Blut vorwies. Außerdem ist Grill nicht bedroht und damit ökologischer und auch nachhaltiger als Fischöl bei sogar noch besserer Bioverfügbarkeit. Also Menschen, die ethisch und nachhaltig einen Beitrag leisten wollen, denen aber die Bioverfügbarkeit aus Algenöl ein bisschen zu gering ist, die könnten mit Grillöl einen guten Kompromiss treffen. Welche gesundheitlichen Vorteile bieten uns aber die Omega-3-Fettsäuren nochmal? Also sie sind absolut essentiell für die Herzfunktion, für einen normalen Blutdruck, einen normalen Triglyceridspiegel und die Gehirnfunktion und auch die Sehkraft und den Cholesterinspiegel. Und die Aufnahme von DHA trägt auch zur normalen Entwicklung der Sehkraft bei Säuglingen bis zum Alter von zwölf Monaten bei. Und diese positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 100 Milligramm EPA und DHA ein. Das ist eine wichtige Information für alle werdenden Mütter. Denn die Aufnahme von DHA durch die Mutter trägt schon zur normalen Entwicklung der Augen beim Fötus auch bei. Das heißt, jede Mama und alle, die es noch werden, sollten über eine Nahrungsergänzung von Omega-3 durch zum Beispiel Grillöl bei sich selbst und auch für ihr neugeborenes Nachdenken. Kleiner Tipp von mir an dieser Stelle, du kannst die Kapsel natürlich auch gerne aufschneiden oder aufpiksen und den Inhalt dann auf ein Löffelchen geben oder auch ins Essen mischen und dann kann dein Kind auch ganz problemlos von den positiven Wirkungen von Omega-3 profitieren. Ich hoffe, das Video war hilfreich für dich und wenn du noch Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Abonniere auf jeden Fall auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du immer auf dem Laufenden bleibst.